Morgen Tja, da gibt's viel zu tun. Da holen wir doch jetzt mal die Jungs und auf geht's! Die marode Deckenverkleidung hat ausgedient. Ein riesiger Haufen Gerümpel hat sich da angesammelt. So, jetzt haben wir abgeräumt und jetzt geht's in den Aufbau. Der Bautrupp macht sich zügig ans Werk. Der Keller-Albtraum verwandelt sich in Tores neues Areal. Und jetzt die Blase. Boah, Mensch, ist das eine geile Mitte! Wenn ich könnte, ich würde noch heulen. Super! So, Tore, das ist jetzt dein neues Reich! Scheiße, Mann, ist das geil geworden! Tore, und das ist alles deins! Ist das geil! Scheiße, Mann, danke, Tina! Tine! Tine! Stimmt! Einsatz in vier Wänden Spezial. Die neuen Folgen. Morgen 21.15 Uhr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020